Also, was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über Charles Wirf. An diesem schönen Ort, mein Freund, kannst du alles erwerben, was das Herz begehrt. Für einen gewissen Preis, versteht sich. Das Kava-Kartell hat hier alles in der Hand, also mach dir besser keine Feinde. Also, was kann ich für dich tun? Sag mir etwas über dein Geschäft. Also, man könnte es wohl als Import-Export-Firma bezeichnen. Ich schaffe mir Sachen von Leuten und verkaufe sie dann weiter. Also, was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über diesen Job. Ja, genau. Ich könnte einen einfachen Boten gebrauchen. Als Bezahlung rüste ich deine TSKs auf. Interesse? Ja, erzähl mir mehr. Du müsstest Folgendes für mich tun. Begib dich zum L-Punkt bei Alexander und warte dort auf den Frachter Princeton, der ein Paket an Bord hat, das zum Schrottplatz in der Nähe des Systemzentrums geliefert werden muss. Ganz einfach soweit. Allerdings enthält das Paket wichtige Daten, die der Konkurrenz sehr viel wert sein könnten. Halt also deine Augen nach bedächtigen Vorgängen auf. Das war bestimmt sicher. Allerdings, wenn du nicht in der Handler auf dem Plakat aufnöpst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020